Ich bin Mathe-Peter und in diesem Video schauen wir uns direkt am Beispiel an, wie du selbst komplizierte quadratische Gleichungen ganz einfach mit Hilfe der pq-Formel lösen kannst. Stell dir vor, du sollst so eine quadratische Gleichung hier lösen. 1 plus 1 zwölftel x mal sagen wir 4 minus 9x ist gleich 1 viertel x quadrat minus 2 mal 1 halb plus x zum Beispiel. Die sieht auch erstmal sehr unangenehm aus, aber trotzdem wenn du dir vorstellst, dass wir diese Klammern gleich auflösen werden, dann haben wir in jedem Summanden ein x-Quadrat, ein x oder einfach nur irgendeine Zahl, also ein Summanden ohne x. Das bedeutet also, dass wir die Gleichung auf jeden Fall mit der pq-Formel lösen können. Vorher musst du das Ganze aber erstmal in diese Form hier bringen, also stell das Ganze nach 0 um, sodass alles auf einer Seite steht, auf der anderen Seite eine 0 und danach achte noch darauf, dass vor dem x-Quadrat der Faktor 1 steht, damit du direkt die pq-Formel anwenden kannst und sofort die maximal zwei reellen Lösungen ausrechnen kannst. Aber gut, ein Schritt nach dem anderen. Um das Ganze zusammenzufassen, würde ich empfehlen, erst einmal all diese Klammern hier aufzulösen, indem du ausmultiplizierst. Das heißt, auf der linken Seite haben wir 1 plus 1 zwölftel x mal 4. Schreiben wir es gerne erstmal so auf, zwölftel x mal 4 und dann noch minus 1 zwölftel x mal 9x. Auf der anderen Seite haben wir 1 viertel x-Quadrat und jetzt Achtung, wenn du hier ausmultiplizierst, musst du die minus 2 mit jedem Summanden multiplizieren. Das heißt, das Minus ändert auch gleich noch die Vorzeichen innerhalb der Klammer. Minus 2 mal 1 halb ist minus 1 und minus 2 mal x ist minus 2x. Klassischer Fehler wäre, dass das Minus nur auf einen Summanden angewendet wird zum Beispiel. Und jetzt können wir hier noch eine ganze Menge vereinfachen. Zum Beispiel hier lässt sich die 4 auch ganz einfach nach oben in den Zähler schreiben. Es spielt ja keine Rolle, in welcher Reihenfolge die Faktoren stehen. Denn die 1 zwölftel gehört nicht zum x dazu, sondern die 1 zwölftel ist genauso ein Faktor wie das x, genauso ein Faktor wie die 4. Das heißt, du kannst auch die beiden zusammenfassen. 4 geteilt durch 12. Du kannst die 4 im Zähler und im Nenner einmal kürzen. Also oben durch 4 geteilt fällt sie weg und bleibt eine 3 über. Also quasi ein Drittel x. Und auch hier kannst du zusammenfassen. Die 1 zwölftel gehört nicht zum x, genauso wenig wie auch das 9 nicht zum x gehört, sondern die Zahlen lassen sich direkt zusammenfassen und auch die x lassen sich zusammenfassen. Das heißt, wenn du jetzt sowas rechnest hier wie 9 geteilt durch 12, dann kannst du jeweils durch 3 teilen, also mit 3 kürzen. Bleibt hier eine 3 über und hier eine 4. Und x mal x ist ein x². Weißt du was, wir schreiben das gleich nochmal ordentlich auf. Also 1 plus 1 Drittel x. Dann haben wir hier minus 3 Viertel x². Und auf der anderen Seite hatten wir 1 Viertel x² minus 1 minus 2x. Sieht zumindest schon ein kleines bisschen freundlicher aus. Aber immer noch nicht in dieser Form hier. Dafür müssen wir uns entscheiden, ob wir jetzt alles auf die linke Seite oder alles auf die rechte Seite bringen wollen. Das spielt auch keine Rolle, das kannst du dir frei aussuchen. Ich entscheide mich jetzt mal dafür, alles auf die rechte Seite zu bringen, weil ich gerade gesehen habe, dass die x² von den Vorfaktoren her ja beide Viertel haben. Und wenn ich jetzt die 3 Viertel x² drüber ziehen würde, dann ergibt ja 3 Viertel plus 1 Viertel ein Ganzes. Und ich will ja gerade, dass hier ein Ganzes steht. Ich kann auch ganz einfach alles auf die linke Seite bringen. Dann habe ich dort eine minus 1 stehen und am Ende nochmal minus 1 rechnen. Also es kommt immer auf das gleiche Ergebnis hinaus, wollte ich damit sagen. Also leg dich nicht unbedingt fest. Immer auf die linke, immer auf die rechte. Mach einfach das, was sich gerade am besten anfühlt. Und ich möchte jetzt einfach den hier rüberziehen, indem ich das Gegenteil von minus 3 Viertel x² rechne. Und das ist plus 3 Viertel x². Jetzt würde ich aber auch gerne gleich im selben Zug, damit es nicht zu viel Aufwand wird, gewöhne das vielleicht auch an, gleich mehrere Schritte zu machen, würde ich gerne auch gleich noch diese plus 1 Drittel x ebenfalls auf die andere Seite rüberziehen. Das Gegenteil von plus 1 Drittel x ist minus 1 Drittel x. Und genauso gut würde ich auch gerne die 1 hier rüberziehen und hier gleich mit zusammenfassen, indem ich das Gegenteil von plus 1 rechne, also minus 1. Und wenn wir alle drei Operationen mit einmal anwenden oder nacheinander, wie auch immer du möchtest, dann bleibt auf jeden Fall auf der linken Seite eine 0 über. Wir haben ja alles weggelöscht, von allen Operationen das Gegenteil gemacht, sodass eben nichts mehr überbleibt. Wir wollten ja die 0 erzwingen. Jetzt müssen wir aber auch auf der anderen Seite die Summanden zuordnen. Wir müssen auf die 1 Viertel x² noch die 3 Viertel x² drauf addieren. Ein Viertel Apfel plus 3 Viertel Apfel ist ein ganzer Apfel. Ich sage Apfel, schreibe aber x². Das gleiche gilt aber auch für die x und für diese Zahl. Ich sortiere das gerne, damit es so steht wie hier. Erst x², dann das mit dem x und am Ende die Zahl. Aber auch das kannst du machen, wie du möchtest. Ich finde aber die Reihenfolge ganz gut, damit du im Kopf immer das gleiche Schema hast. Das heißt, erstmal würde ich jetzt die x schreiben. Das heißt, minus 2x minus 1 Drittel x. Das können wir hier sogar mal als kleine Nebenrechnung hinschreiben. Minus 2x minus 1 Drittel x. Das ist wie minus 2 Birnen minus 1 Drittel Birne. Da können wir das x einfach außen vor lassen, will ich damit sagen. Du kannst also einfach nur die Vorfaktoren zusammenfassen. Mathematisch wäre das jetzt ausklammern, aber wir müssen es ja jetzt nicht so übertreiben. Wichtig ist, nur die Vorfaktoren zusammenzufassen. Und damit du das machen kannst, weil du ja einen Bruch drin steckst, denk dir einfach bei der 2 Ganzen eine 2 Eintel draus. Du kannst ja immer jede ganze Zahl auch als einen Bruch ausdrücken. Das machen wir deshalb, damit wir die Nenner jetzt gleich bekommen, indem wir einfach mit dem anderen Nenner mit der 3 erweitern. Also wir multiplizieren den Zählernenner mit der 3. Dann haben wir dort stehen, minus 6 geteilt durch 3, minus 1 Drittel. Natürlich mal x noch hinten, hätte ich jetzt noch weglassen können, weil mir geht es eigentlich nur um die Rechnung. Minus 6 minus 1 ist eine minus 7. Und einmal Drittel immer Drittel, also minus 7 Drittel x. Und zu guter Letzt haben wir noch die Zahlen, die wir zusammenfassen wollen. Da ist die minus 1, die wir nochmal minus 1 rechnen. Also haben wir dort eine minus 2 stehen. Also tatsächlich haben wir aus dieser unangenehmen Gleichung, die hier oben stand, wieder unsere quadratische Gleichung erzeugt in dieser Standardform, die wir direkt mit der pq-Formel lösen können. Also der nächste Schritt wird direkt sein, beide Lösungen für diese Gleichung aufzuschreiben. Oder besser gesagt, die maximal 2 reellen Lösungen. Die beiden Lösungen aus der Gleichung, die wir mit der pq-Formel jetzt bekommen können, die solltest du dir am besten ohne Formel herleiten. Also versuch dir nicht die Formel auswendig einzuprägen, sondern merke dir am besten die Vorgehensweise. Damit hast du es viel einfacher. Du machst keine Schusselfehler und du hast auch keinen Schreibaufwand mehr. Du schreibst direkt die Lösung auf. Merk dir einfach nur folgende Vorgehensweise. Du brauchst die beiden Zahlen. Einmal die, die ans x dran multipliziert wird und einmal die Zahl, die hinten dran steht. Die Zahl, die an dem x dran multipliziert wird, diesem p, damit machst du jetzt zwei Dinge. Das ist ganz wichtig. Erstens, du änderst das Vorzeichen. Wenn dort ein Minus steht, machst du ein Plus draus. Wenn dort ein Plus steht, machst du ein Minus draus. Und die zweite Sache, die du machst, ist, du musst diese Zahl halbieren. Also durch zwei teilen. So aus dem Minus wird ein Plus. Das ist schon mal ziemlich einfach. Du kannst auch einfach das Plus weglassen, dann steht das immer für ein Plus. Halbieren von so einem Bruch. Da hast du generell zwei Möglichkeiten. Und die solltest du beide drauf haben, wenn du es mal mit so einer Aufgabe zu tun hast. Entweder halbierst du jetzt den Zähler, also rechnest im Zähler geteilt durch zwei, oder du rechnest im Nenner mal zwei. In beiden Fällen teilst du die Zahl durch zwei, indem du oben durch zwei teilst oder unten mal zwei rechnest. Wenn oben eine gerade Zahl steht, wie zwei, vier, sechs, acht, zehn und so weiter, dann kannst du sie direkt durch zwei teilen. Perfekt, die Hälfte von zehn ist fünf, die Hälfte von acht ist vier und so weiter. Wenn dort aber eine ungerade Zahl steht, kannst du sie ja nicht durch zwei teilen. Was du aber stattdessen machen kannst, ist den Nenner mal zwei zu rechnen. Merk dir das unbedingt für die Bruchrechnung. Wenn du jetzt in der PQ-Formel mit Brüchen zu tun hast, dann kannst du dir auf diese Weise unglaublich viel Arbeit ersparen, als wenn du stattdessen nur in die Formel einsetzt und es dann mit Doppelbrüchen zu tun hast und dann vielleicht auch nicht mehr klarkommst unter dem Zeitdruck in der Prüfung vielleicht. Merk dir also einfach Zähler durch zwei oder Nenner mal zwei. Das ist das Einfachste überhaupt. So, damit haben wir den schwersten Teil eigentlich schon hinter uns. Jetzt kommt nämlich der einfache, entspannte, oder zumindest beim Einsetzen der einfache, entspannte Teil. Du musst jetzt nämlich einfach nur unter der großen Wurzel. Zuerst mal diese Zahl, die wir gerade ausgerechnet haben, quadrieren. Und einen Bruch zu quadrieren, das geht laut Potenzgesetzen sehr einfach, indem du Zähler und Nenner einzeln quadrierst. Sieben Quadrat ist 49, sechs Quadrat ist 36. Und das Einzige, was du noch machen musst, und das ist wirklich lächerlich einfach im Vergleich zu dem Aufwand, den wir gerade hatten, du nimmst einfach dieses Q hier, die Zahl, die hinten dran addiert wird, du nimmst einfach diese Zahl und schreibst sie mit geändertem Vorzeichen auch unter die Wurzel. Wenn dort minus zwei steht, schreibst du plus zwei. Wenn dort plus zwei steht, schreibst du minus zwei. Und nochmal so, wie ich es mir halt immer gemerkt habe, das fand ich sehr praktisch, dass du sowohl vom P als auch vom Q hier die Vorzeichen änderst. Genau, nur dass eben hier vorne das P noch halbiert werden musste, wie wir es besprochen haben, und hier eben das Quadrat von der vorderen Zahl steht. Siehst du das? Ohne Formel bist du direkt, also nahezu direkt bei der Lösung. Das Einzige, was wir noch machen müssen, ist die Zahlen unter der Wurzel zusammenzufassen, eventuell, wenn möglich, noch die Wurzel zu ziehen und dann die Brüche zusammenzufassen. Aber das war es dann. Zum Beispiel lässt sich die 2 ganz einfach im 36. ausdrücken, indem du rechnest 2 mal 36. 2 mal 36 ist 72. Also mit anderen Worten 72, 36. Gegenprobe, 72 durch 36 ist wirklich die 2, es passt. Da sie jetzt denselben Nenner haben, wie wir es auch hier oben gemacht haben, können wir sofort die Zähler zusammenfassen. So im Zähler oben steht 49 plus 72. Oh, was ist das? 72 plus 9 ist 81. 81 plus 40 ist 121. Und tatsächlich lässt sich hier raus ziemlich einfach die Wurzel ziehen, weil Zähler und Nenner beides Quadratzahlen sind. Genauso wie wir eben auch, um von hier nach hier zu kommen, als wir den Bruch quadriert haben, als wir da Zähler und Nenner einzeln quadriert haben, dürfen wir auch hier aus Zähler und Nenner einzeln die Wurzel ziehen. Wurzel- und Potenzgesetze. Schau sie dir gerne nochmal an oder unbedingt nochmal an, wenn du sie noch nicht im Kopf hattest. Weil du brauchst sie immer wieder, vor allem bei solchen Aufgaben hier. Wenn wir jetzt nämlich aus Zähler und Nenner einzeln die Wurzel ziehen, dann haben wir erstmal die 7 Sechstel plus minus Wurzel aus 121. 121, das ist 11. Na, 11 Quadrat ist 121. Und im Nenner haben wir die Wurzel aus 36 ist eine 6. Ach, siehst du das? Passt so sehr gut, dass beide Brüche wieder Sechstel haben. Das heißt, wir können das sofort zusammenfassen zu Lösung 1 ist gleich 7 Sechstel plus 11 Sechstel und Lösung 2 ist 7 Sechstel minus 11 Sechstel. Da die Nenner gleich sind, verrechnen wir die Zähler direkt. 7 plus 11 ist 18. 18 durch 6, na perfekt, das geht gut auf, ist eine 3. Und für die zweite Lösung haben wir 7 minus 11 ist, das minus 4 müsste das sein, also minus 4 geteilt durch 6. Das Minus kannst du gerne nach vorne schreiben, spielt keine Rolle, ob das Minus oben steht, unten steht ja davor. Das ist die gleiche Bedeutung, es ist eine negative Zahl. Und dann kannst du beide Zahlen sogar noch im Zähler und Nenner durch 2 kürzen, mit 2 kürzen, also 2 Drittel hast du über. Ja, und das war's. Also eine Lösung ist eine 3, eine andere Lösung ist eine minus 2 Drittel. Und wenn du gerade etwas skeptisch bist, dass nach all diesen Rechnungen hier, ob das wirklich die richtigen Lösungen sind, dann prüf das doch einfach in Sekunden nach, mithilfe von dem Satz von Vieta. Vieta hat gesagt, zwei Dinge, wenn das wirklich die Lösungen sein sollten, dann muss gelten, dass das Produkt dieser beiden Zahlen gleich diesem Q hier entspricht. Na, von dieser, nach, dieser umgestellten quadratischen Gleichung hier. Ja, und tatsächlich, das Produkt dieser beiden Zahlen ergibt eine minus 2, weil 3 und durch 3 kürzt sich weg. Aber die zweite Sache, die auch noch erfüllt sein muss, sagt Vieta, ist, dass die Summe dieser beiden Zahlen dieses P hier ergeben muss mit geändertem Vorzeichen. Also die Summe der beiden hier muss eine plus 7 Drittel ergeben. Oh, mal schauen, klappt das? Naja, 3 in Dritteln ist ja 9 Drittel, 9 Drittel plus minus 2 Drittel ist 7 Drittel. Ja, es funktioniert. Also das bedeutet, der Satz von Vieta hat uns bestätigt, diese beiden Zahlen hier sind wirklich die Lösungen von dieser quadratischen Gleichung. Also vorausgesetzt, dass wir diese unangenehme quadratische Gleichung hier oben wirklich richtig umgeformt haben, sind das hier auch wirklich die Lösungen von der ursprünglichen Gleichung. Es sind die einzigen Lösungen und es sind tatsächlich sogar richtig schöne Zahlen. Also so siehst du das auch, selbst bei komplizierten Aufgaben, du mit der PQ-Formel ganz einfach solche quadratischen Gleichungen lösen kannst. Viel Spaß damit und bis zum nächsten Video. Hey, ich hoffe, das Video hat dir gerade gefallen. Wenn du dich demnächst auf eine Matheprüfung vorbereiten musst, dann schau unbedingt mal unter diesem Video nach. Ich habe dort mehrere von meinen Online-Kursen verlinkt, die dich bestmöglich auf deine Matheprüfung vorbereiten. Wenn dir das Video weitergeholfen hat und du mich in Zukunft unterstützen möchtest, dann erzähl einfach deinen Kommilitonen, deinen Freunden und deiner Familie von mir und abonniere den Kanal. Danke dir.